Ja, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heavy Grill wie in einem Barbecue. Wie ihr seht, haben wir Nachwuchs bekommen und zwar einen Napoleon Gas Grill LX485, ein weltklasse Gerät. Ich will euch das gar nicht näher erklären, das machen wir nachher dann beim Grill. Eins muss ich noch sagen, ich habe den gekauft, nicht irgendwo in Großhandel oder in irgendeinem Baumarkt, sondern bei Adi Pittermann in Göttlersbrunn. Der Adi Pittermann ist ein Haubenkoch, betreibt dort ein Lokal und hat dort die erste Kanunde in der Grillschule. Ich war selber dort, also wer Grillkurse machen will, der macht das wirklich super, ist ganz zugänglich, weltklasse, muss ich sagen. Er lobt auch an seinen Verkäufer, was die Griller verkauft, der Patrick, er erklärt dann alles, wirklich super. Wenn ihr was braucht, dort wird dann alles gesagt, er hat sämtliche Geräte ausgestellt und wenn sie fragen nachher, habt ihr da was, kein Problem dort, dort müsst ihr hingehen, wirklich, weltklasse, dort. So, grillen tun wir heute natürlich auch was, einen Mode-Burger, einen Stuffts-Burger machen wir heute. Was ist ein Stuffts-Burger? Ja, ich habe das auch nicht gewusst. Ist ganz einfach ein Gefühlsfleischlauberl in einer Semmel. Ein Stuffts-Burger. Gut ist, dann werden wir den jetzt einmal kreieren und schauen wir dann weiter. So, was brauchen wir jetzt für unseren Stuffts-Burger? Als erstes einmal ein faschiertes, das ist ein gemischtes, zwei, drei, drei, Drittel Rind, ein Drittel Schwein und das werden wir jetzt einmal würzen. Wir nehmen wie immer unseren Magic Dust. So, jetzt gehen wir es an, jetzt tun wir einmal ordentlich durchknieten. So, jetzt gehen wir es an zu unseren Fleischlauberln oder Börgerpanis, nicht? Was brauchen wir da? Das Faschierte haben wir schon und für die Fülle haben wir da Paprika, natürlich von den Wiener Gärtnern, die haben wir ja selber, weil wir ja alle Gärtner sind. Speck, das ein bisschen groß gibt. Und Zwiebeln. Das werden wir da jetzt einmal ein bisschen vermengen. So, jetzt für den gefüllten Stuffts-Burger, nicht? Haben wir da eine eigene Presse, nicht? Gibt's im Internet bei Amazon. So, wir nehmen jetzt die Form her. Gehen wir jetzt einmal, dann sie so ein Drittel auffüllen. Das wird jetzt der Tegel da. Dann das einmal da niederpressen. So, dann machen wir sie die Schüssel. Füllen das einmal halber da. Dann nehmen wir sie nachher dann das da. Und da werden wir jetzt unsere Fülle reingeben. Dass das Ganze natürlich ein bisschen einen Geschmacken kriegt, ein bisschen eine Schärfe, nehmen wir da Sambalolek, ein mal her. Und das ist ja fahrt. Und unsere Speckfülle da. Das ist quasi, wenn es dann reinbeißt, wie in einer Mascherie. Nur, dass halt statt der Kirsche, der Schnaps, der Speck und die Paprika da sind. So. Und ein bisschen Mozzarella legen wir noch drauf. Jetzt geben wir da unseren Deckel drauf. und pressen das nochmal nieder. Jawohl. Das ist ein bisschen eine Potzerei. Und jetzt sollte das Ganze natürlich da raus gehen. Voilà. Das Rum ist fertig. Da schaut euch das an. Das wird ein mega Burger werden. So. Mit etwas Mühe haben wir jetzt unsere Burger fertig. Und jetzt geht's ab auf den Grill. So da. Der Griller ist aufgeheizt. Die sind da schon her. 260 Grad. Jetzt gehen wir es an. Wie wir es bei Nadie Bittermann gelernt haben. Eine Zwiebel. Öl. Und wir dann den Grillrost einölen. Das nichts picken bleibt. Ja. Und das hat ein Aroma. Das riecht ein Wahnsinn. Und rauf mit den Grillen drinnen. Die lassen wir jetzt 3-4 Minuten auf jeder Seite nochmal ankommen. Deckel zu. So. Nach ca. 5 Minuten hat es getan. Jetzt werden wir den Grillen drinnen. Jetzt werden wir den Burger kreieren. Immer Salat ist wichtig. Jetzt werden wir noch ein bisschen ein bisschen zusammenlaufen. Jetzt werden wir erst ein bisschen ein Sausel laufen. Hier wieder ein Prachten. So ein Prachtexemplar. Gesund wird man auch sein, hän. ein paar Paradeis und fertig ist unser Burger. Jetzt haben wir dann einmal verkosten, Mahlzeit. Well, da schaut euch das an. Ein Wahnsinn. 17 Dekker Fleisch, Salat, Paradeiser, super. Ich darf mich jetzt von euch verabschieden. Viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder nehmt ein Abo. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.